Hallo, mein Name ist Hakan Aktepe, ich bin 19 Jahre alt und spiele mit Position aus Mittelfeld. Meine bisherigen Gefeine waren TSV Gammertin, SV Reutel und der Höhe zu TSG Mahling. Meine persönliche Ziel ist, mich weiter zu entwickeln, das war für die Mannschaft. Und die Ziele mit der Mannschaft dieser Saison ist einfach gegen den Abstieg und das erreichen, was wir in dieser Saison noch oben wählen.